Und damit auch Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Farquart Prime spielen wir heute. Wir machen einfach mal ein neues Spiel. Vernehmensmodus aus, permanenter Tod aus, Schwierigkeitsgrad, extreme Experte. Deutsch an und Start. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen jetzt Farquart Prime, wie ihr ja schon öfters gesagt habt und seht und so weiter. Mit solchen 10 werde ich nicht reden. Hört euch das einfach an. Guckt zu und dann rede ich danach. Vielen Dank. Jochen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Obisoft präsentiert Ein Obisoft-Monteral-Production Ich habe nochmal ganz schnell eine Frage Soll ich den Untertitel mitlesen oder nicht? Soll ich sowas vorlesen oder eher nicht? Ich werde es jetzt erstmal nicht tun Aber wenn ihr es wollt, dann schreibt es in die Kommentare Die kleinen Informationen erzähle ich jetzt einfach aus das Reden gerade welche Also ich habe Farquai schon 3 Stunden gespielt Habe mir aber gedacht, dass ich jetzt mal auf einer Schwierigkeitsstufe spiele Und extra nochmal von vorne anfangen für euch Damit ihr seht 1 zu 1 ist es passiert Und damit ihr es 1 zu 1 auch seht Karte ich nichts raus Okay Ich hatte 0 raus Außer ihr wollt es und schreibt es in die Kommentare Aber eigentlich kommt der K Ich komme Ihr müsst jetzt wahrscheinlich irgendwie mit Mammuts durch oder so Da ich mich jetzt schon ein bisschen auskenne weiß ich wie man sich bewegt Mit C duke ich mich Verbindete Und Ich habe ja schon ein bisschen was gespielt Aber Ich werde nochmal alles 1 zu 1 sozusagen nachspielen Also nicht 1 zu 1 Natürlich habe ich vorher auf einfach gespielt jetzt auf Experte war das glaube ich Und deswegen wird es schon schwieriger sein Ja was kriegen wir hin Ja was kriegen wir hin Ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht hier Von der gleichen Szene Aber da ist er so heftig geleckt Dass es nicht ging Es kann sein es bei euch lagte Bei mir aber nicht Also Das sind die anderen Codierer Sonst hätte ich das auf der Grafikkarte gehabt Und dann lagte es deswegen Ja Ich hoffe es geht jetzt einigermaßen so Sonst könnte ich halt keinen Farquai spielen Das wollt ihr ja nicht also Ich glaube ich werde mich einfach so an die Sorge halten Da erklärt es mir gut Los 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 Halt schnell So 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 Kriegen wir hin Bam Nein Lass ihn los Ich brauch das Schwer Fuck Und Schwer Wo ist ein Schwer Da ist ein Schwer Gehen wir in Schwer Junge Da ist noch ein Schwer Da ist noch ein Schwer Mir ist kaputt Scheiße Mit her Kein Schwer Da Page 2 3 3 4 Tower 2 3 4 5 4 8 3 Sind sie im Kreek Richtig verlegt haben aber viel zu essen geisterfrei bettet kein tiere ohne zu sagen geisterfrei denn es ist nicht okay dass wir tiere tötet oh fuck fuck nicht rennen beruhigt ruhig bleiben nicht rennen stich doch wieder ein ja nein ich kann machen gar nichts ist sequenz also nein ok letzte chance runter runter ich glaube das tut weh so scheiße nein nein frage war prime frage war es kopf geschützt Scheiße, ist er tot? Ist er tot? Nicht anhalten. Ich werde dich anhalten. Ich werde dich anhalten. Ja, machen wir mal ein Graf für ihn. Falls ich Verbesserungen habe und so was, schreibt es in den Kontakt, aber da ich jetzt erstmal, weiß ich nicht, eine Stunde oder so am Stück aufnehmen werde, kann das passieren. Ja, es kann passieren, dass einfach, ähm, Dings, dass ich das erst später lese, sozusagen, wenn ich das eigentlich schon vorbei ist. Also, das heißt, wenn ihr mir jetzt einen Tipp gebt, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich jetzt da hinten einen Mammut gesehen habe oder so. Was ich töten soll. Und die ganze Zeit ist schon viel weiter geworden, aber egal. Schreibt einfach alles hin und dann werdet ihr es jetzt hier sehen. Alle Folgen werden so ungefähr 15 Minuten gehen. Ich fahre mir jetzt einfach mal ein bisschen hier. Ähm, alle Folgen werden so circa 15 Minuten gehen, außer die erste Folge, die wird ein bisschen länger gehen, weil ich halt, ich werde sozusagen das Video, wenn ich hier das Tutorial fertig habe. Aber danach werden alle 20 Minuten gehen, außer wir sind gerade mit einer Sequenz dann natürlich nicht, aber so circa 15 Minuten. So, was war das denn, Kalle? Was brauchen wir jetzt noch? Jägerplake mit V. Ja, wir können ja schon. Ja, jetzt sind wir ein Bogen. Oh, was braucht's? Schon, Kräfte ist. Vielleicht hast du Tür zu laut, das tut mir leid, ich kann's dir nicht leise machen. Acht Feilen haben wir geil. Jetzt, ich Jäger brauche Essen für Stärke. So, ihr könnt ja pausieren, falls ihr das richtig findet, aber ich kenn uns ja schon. Das ist doch komische Tegel. Jetzt habe ich irgendwie Angst, keine Ahnung warum. Oh, ein Zwiegen. Mal was sagen, warum treff ich den nicht? Na gut. Ich glaube die Ziege ist nicht mehr so weit gekommen. Wenn zwei Pfeile sind weg, keine Ahnung wo sie sind. Trägt einen Headshot. Geist sei frei. Geist sei frei. Was war das denn da? Genau. Oh. Gehen wir mal zum Schutz suchen ey. Und falls ihr es genauso spannend findet wie ich, dann lass doch ein Abo da. Und falls ihr es mögt ein Like, falls ihr es nicht mögt ein Dislike. So einfach mal anzünden. Schreibt mir was in die Kommentare wie ich gesagt habe. So. Und ich weiß nicht ganz genau wann ich aufhöre, aber wahrscheinlich so in zwei, vier, fünf Minuten. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Brennt Feuer, brennt. Hier ist der Pfeil. Gemacht von Venja, Venja. Jetzt soll ich in der Nacht raus, oder was? Ach, Keule. Jetzt brenn ich, ey. Schnee. Renn, 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 renn. Alter. Ich weiß noch ein Brennefackel auf ihn schmeiß, ey. So, renn. Ah. Zack, 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 geh runter. Ah, ah. Ich feiere die Beste mit Feuer, mache ich. Habe ich jetzt einen in die Fresse. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Oh, fack. Ähm, ja. Ähm. Ja, gut. Kann machen, muss man aber nicht. Alter, das ist wirklich extrem viel schwerer als ich, ähm. Als ich das vorgespielt habe, war das viel einfacher. Da musst du einmal ein Keule springen und sind abgehauen und so fort. Und jetzt musst du dir wirklich nicht immer wieder angriffen, musst du dir S drücken und so weiter. Alter, war das gerade heftig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schon so im Früh ist. So, letzter Versuch. Bevor, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Wenn ich es jetzt hinkriege, machen wir noch ein bisschen weiter. Also, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann werde ich es ja sehen. Zack, so. Ich renne einfach mal schnell. Scheiße ist der Mensch. Ja, aber hier habe ich jetzt doch schon ein bisschen Schiss gerade, wenn ich so hier hole. Und ich jetzt... So, weg gehen. Geh weg. Geh weg. Okay, jetzt einfach links leg gedrückt. Deswegen halte ich die Wacke so vor mir. Oh, jetzt brennt das hier. Geht schnell hier hoch. Boah, Alter. Gut. Das war mal einfach. Also, ich bin zwar gerade gestorben, aber... Stell vor, ich hätte es auf permanentem Tod gestellt. Wenn ich jetzt schon... Äh, schon verwendet. Projekt. So. So. Hat Holz. Hier ist Blut. Also kann... Wir suchen ja gerade Avenger. Auf Farben. Avenger ganz nah. Und... Avenger ist ja nicht unser Feind. Avenger ist ja jemand anders. Ich glaube, unsere Fakke geht jetzt mal aus. Alter. Ich hoffe, es zieht sich noch an. Nichts aus. Obwohl wir extra was anderes genommen haben. So, real ist das auch. Fleisch. Genau. So, ich würde eigentlich hier durchsuchen. Aber... So, ich würde eigentlich hier durchsuchen. Hä? 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 So... Auch hier. Äh, je geblickt sieht man das auch die Ranken, ne? Da oben zum Beispiel. Ich glaube, nach der nächsten Sequenz machen wir aus. Ja, hier zu mitten im Geschehen. Heute hat sich nichts hier aufhören. Wie ich verstehe. Renn, 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 renn. Schum, schum, schum. Sprint. Sprint. So, ich würde sagen. Wow. Was ist denn hier? Oh, da oben ist doch. Nein. Bleib da. Komm mal. Oh, scheiße. Wo ist dein Ohr hin? Hä? Die schneiden Ohr ab. Ich weiß, sie sieht nicht, dass er ein Tiger ist, Weger. Und da oben ist dann. Alter, Alter, das ist auch knapp, das ist auch knapp. Alter, ey. Land von Oros, entdeckt. Geil. 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 Oh, die wird jetzt schon in die Ohren, Junge. WTF. Ist schon ein bisschen widerlich. WTF. 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 Ich noch nicht, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Das ist ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener. Ui. So. dann werden wir in der nächsten folge grünen blätter suchen dann danke fürs zuschauen und ciao bis zur nächsten folge